Ja, moin Leute, grüßt euch zurück zu WePlay Old School. Ich bin Max Holz und ihr seid wie versprochen bei meiner Analyse zu den 16 neuen Screenshots aus der PS4-Version von Grand Theft Auto V, die der Rockstar mit dem neuen Trailer veröffentlicht hatte. Ich werde die Screenshots chronologisch von oben nach unten analysieren, also in der Reihenfolge, wie die Rockstar Games im Newswire gepostet hat. Dabei blende ich euch, wie bei der Traileranalyse, wieder Vergleichsbilder von der alten GTA 5-Version ein und zeige euch daran, was sich grafisch in der PS4-Version so alles verbessert hat. Okay, let's go mit Screenshot Nummer 1, dem Buzzard Kampfhubschrauber über den Weinwood-Villen mit Blick auf den Golfplatz und Downtown Los Santos. Das T-förmige Gebäude mit dem orangenen Dach ist übrigens das Richmond Hotel. Bei der PS4-Version sind mir gleich wieder die neuen Glanzeffekte auf den Baumblättern aufgefallen und besonders krass die Darstellung von Bäumen in der Ferne. Schaut mal, bei der PS4-Version zum Beispiel, während beim Richmond Hotel und Golfplatz die Palmen und Laubbäume noch gut mit ihren Glanzeffekten zu sehen sind, fehlen bei der alten Version gleich mal ein paar und die Baumkronen sehen aus wie matschige grüne Klumpen. Richtig schlimm auch bei der Straße nach Downtown auf der linken Seite, da schweben die Baumkronen von den Palmen einfach nur in der Luft. Ich meine, ich habe es ausprobiert, die tauchen erst komplett auf, wenn ihr ungefähr auf der Höhe vom Hoteldach seid, zum Beispiel mit dem Helikopter. Bei der PS4-Version finde ich noch komisch, dass da jetzt an der Ecke vom Golfplatz eine Art schwarze Wand steht. In der alten Version war es halt ein hoher Zaun, der wird übrigens auch noch nicht angezeigt. Vielleicht ist es aber auch nur ein Grafikfehler, ich weiß es nicht. Screen Nummer 2, ein Blick auf den Weinwurz-Schriftzug in Richtung Blaine County und Mount Chiliad. Ihr seht gleich wieder die schönen Glanzeffekte an den Blättern der Büsche und noch ein paar extra Bäume unten rechts neben der Autobahn. Am Himmel fliegt auch noch ein Passagierflugzeug hin zur Morgensonne. Könnte also heißen, dass jetzt auch NPC-Passagierflugzeuge und Learjets am Himmel von Los Santos unterwegs sind. Vorher gab es ja nur höchstens Kondensstreifen mit so Geisterflugzeugen, die dann gar nicht zu sehen waren, wo dann hinterher einfach nur die Kondensstreifen gezogen wurden. Der Rest waren halt nur kleine NPC-Propellerflugzeuge und Hubschrauber. Die Morgensonne wurde von Rockstar Games so für den Screenshot so hingesetzt. Normalerweise steht die Morgensonne ein ganzes Stück weiter rechts. Screen Nummer 3, ein Trafade Z-Type im Süden von Downtown Los Santos. Hier haben wir etwas höher aufgelöste Straßentexturen rechts, schärfere und detailliertere Umgebungsspiegelungen vom roten Z-Type-Lack und stärkere Glanzeffekte durch die Sonne an der Karosserie. Der Baum im Hintergrund wirkt breiter, hat mehr Details bei den Ästen und wieder die neuen Glanzeffekte auf den Blättern. Das orange Dach daneben sieht auch kräftiger und plastischer aus. Links wirkt es irgendwie ein bisschen flach. Screenshot Nummer 4, Franklin vor dem Motel, das kurz hinter der Los Santos Customs Werkstatt liegt. Hier seht ihr wieder etwas höher aufgelöste Bodentexturen, Glanzeffekte an den Blättern und den grünen Metallstangen, Büsche mit kräftigeren Farben. Aber was zur Hölle sprengt Franklin da eigentlich in die Luft? Ich meine, die Tankstelle kann es nicht sein, weil die hinter der Los Santos Customs Werkstatt liegt. Das ist ein bisschen weit zurück. Ich meine, ich habe es in der alten Version mit drei Autos und einem Raketenwerferschuss probiert, aber die Explosionen kamen noch lange nicht an die Größe der neuen Explosionen ran. Könnte also heißen, dass bei der neuen GTA V Version die Explosionen deutlich größer ausfallen. Die Rauchwolken sehen by the way schärfer aus. Ihr seht mehr Partikel durch die Gegend fliegen und auch mehr von diesen gelben Explosionsfunken. Screen Nummer 5, ein Grotti Carbonissare in der Nähe vom Yachthafen. Auffällig sind hier die neuen Blend-Effekte von der Sonne, die stärkeren Lichtreflexionen auf dem Lack und die Unschärfe-Effekte im Hintergrund. Screen Nummer 6, Michael mit Sturmgewehr auf der Bahnstrecke hinter Lestas Lagerhaus. Erstmal sieht das Waffenmodell detaillierter aus und hat schönere Glanzeffekte. Dann noch schönere Glanzeffekte auf den Schienen, wieder Unschärfeffekte im Hintergrund und noch eine von diesen riesigen Explosionen. Ich habe diesmal zum Vergleichen der alten Versionen mit der RPG den Hubschrauber hochgejagt, aber kam auch diesmal nicht an die neue Version ran. Ich meine, die Explosion rechts ist ja fast höher als die Brücke. Also nochmal meine Theorie, entweder gibt es generell größere Explosionen in der Next-Gen-Version, die besser aussehen, oder vielleicht ist das ja auch ein Hinweis auf eine neue Waffe. Screen Nummer 7, Trevor bei Nacht über Downtown mit einem Laserjet. Ihr seht sofort die neuen Umgebungsspiegelungen von den Hochhäusern auf der Kabinenscheibe und noch die Unschärfeffekte im Hintergrund. Screen Nummer 8, zwei Wildtiere in der Wildnis von Blaine. Screen Nummer 10 County, die sich in ein paar Blumen snacken. Und ja, ihr seht schon mal wieder einen richtig großer Unterschied zwischen alter und neuer Version durch das überarbeitete Vegetationssystem, was ja Rockstar so angepriesen hat. Ihr habt hier eine Menge neuer Gräser und Wildblumen. Endlich haben die Viecher mal richtig was zu futtern. Mann, verdammt. Die Glanzeffekte an den Baumblättern kommen auch wieder gut. Links wirkt es dagegen alles ziemlich blass. Screenshot Nummer 9, Trevor mitten im roten Duster in der Nähe von der Rebel Radio Station in Blaine County. Ja, einen roten Duster konnte ich auf die Schnelle leider nicht auftreiben, weil irgendwann muss ja die Analyse auch mal fertig werden. Aber, ihr könnt auf jeden Fall schon mal bessere Glanzeffekte auf dem Flugzeugrumpf erkennen. Die typisch höhere Auflösung eben und Unschärfe wieder im Hintergrund. Die Instrumente sollten ja jetzt auch alle animiert sein. Zumindest hatten wir das ja im ersten GTA V Next Gen Trailer beim Auto gesehen. Da ging der Zeiger am Tacho und Drehzahlmesser hoch. Screen Nummer 10, die Gang nach dem Evangelico Juwelierladenraub auf der Flucht auf nen Paar Sanchez im Untergrund von Los Santos. Ja, neben den schöneren Steintexturen habt ihr jetzt auch realistische Lichtstrahlen, die durch das Loch in der Decke fallen. In der alten Version war es an der Stelle einfach nur hell. Übrigens auch wieder stylische neue Blendeffekte am Rücklicht der Sanchez und an der Deckenlampe. So Michael Bay mäßig. Screen Nummer 11, Michael mit dem Speeder am Fliegen von den Cops an der Küste vom Vespucci Beach. Das Einzige, was mir hier auffällt, ist der Unschärfeffekt am Strand in der neuen Version. Michael und sein Boot sind im Fokus. Screen Shirt Nummer 12, die drei Jungs auf nem Helipad in Downtown Los Santos bei Nacht. Die blauen Lampen leuchten hier Franklin den Buzzard und den Boden deutlich besser an. Links ist ja kaum was zu sehen, als ob die Teile nur reingesetzt sind und sich gar nicht auf die Umgebung auswirken. Die Reklametafel und die Beleuchtung vom Maze Bank Tower sind übrigens auch heller. Screen Shirt Nummer 13, die Bar hinter den Satellitenschüsseln in Blaine County. Wir sehen hier gleich mal wieder ne Menge mehr Grasbüschel und Unkraut. Einmal in der Mitte vom Parkplatz und rechts außen. Die Palmen links und rechts von der Bar haben auch mehr Blätter. Auf dem Parkplatz haben wir einen Albany Buccaneer, einen Empound Phoenix in der Weplay Oldschool Crew Farbe. Ein D-Class Vigero, ein Chevrolet Picador, ja bis jetzt alles Muscle Cars. Und noch einen Benefactor Glendale als einzige Limousine. Meine Frage jetzt, fahren jetzt auch DLC Autos durch die Straßen? Screenshot Nummer 14, Trevor mit der Pantomime in der Einkaufsstraße. Außer, dass, wie ich schon in der Traileranalyse gesagt habe, das Charaktermodell vom Detailgrad her überarbeitet wurde, der Typ besser ausgeleuchtet ist und der jetzt scheinbar einen Hut auf hat, fällt mir eigentlich nichts weiter auf. Screen Nummer 15, Michael vor seiner Villa mit einer getunten Invetero Coquette Classic. Getunt, weil die Karin einen Überrollkäfig hat, eine entfernte Stoßstange und Tuningreifen bzw. Muscle Car Felgen. Das Interessante ist, dass ich für die Coquette Classic die Felgen da rechts unter der Sparte Muscle Car nicht gefunden habe. Ich schätze von daher, dass wir in der neuen Version auch neue Tuning Parts bekommen. Dann haben wir noch rechts den detaillierteren Baum und eins von den neuen Tieren, nämlich... Und der letzte Screen zeigt Trevor auf einer Fußgängerbrücke bei Nacht beim Vespucci Beach. Ja, die Knarre sieht detaillierter aus, in der alten Version kam die im Vergleich dann doch recht matschig. Der schwarze Waffenskin scheint auch neu zu sein und im Hintergrund seht ihr wieder die schöne Unschärfe und ein ziemlich heftiges Verkehrsaufkommen auf der Autobahn. Da frage ich mich dann ehrlich gesagt doch, ob man mit normalen Kernen da überhaupt noch richtig durchkommt oder ob dann alle nur noch mit Sanchez-Maschinen durch die Gegend crossen. Jo, das war's jetzt auch mit meiner Analyse von den 16 neuen GTA V Screenshots aus der PS4-Version. Hat mal wieder eine Menge Arbeit und natürlich auch eine Menge Spaß gemacht. Jo, und von daher würde ich mich über eine Bewertung freuen. Hilft mir halt immer. Wenn ihr euch die 16 neuen Screenshots nochmal in voller Größe anschauen möchtet, den Link haue ich euch dazu in die Videobeschreibung. Okay, und wie immer Leute, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ihr haut rein und ich bin raus.